Hi Freunde und Herzlich Willkommen, hier war Cigabing, Flo mit am Start. Heute ein neues Video, neuer Tag, neues Glück und heute wichtige, wirklich wichtige Informationen in diesem Video. Bleibt also gern bis zum Ende dran, es gibt nämlich neue Ziele und ein bisschen was Irritierendes, in Anführungsstrichen, ein bisschen Fail in die Richtung auch von EA. Wir haben außerdem am Start, die Top-Duelle-SPC, wir haben Footies-Tages-Challenge und wir haben die Spieler-SPC, Quinten Timber am Start. Eine Woche in alles, gehen wir rein, Freunde, wie immer, hier der tägliche SBC-Content für euch auf diesem Channel. Falls ihr neu sein solltet, es gibt natürlich auch mehr als SBC-Content hier auf dem Channel, dann geht es auch richtig flüssig rein Richtung EA Sports FC24. Falls ihr also da bleiben wollt, Freunde, lasst gern kostenlos ein Abo mal da, gern auf jeden Fall auch den Like-Button zerstört, für heute mal wieder das Like-Ziel, geht ganz schnell, natürlich könnt ihr auch eine Sekunde Zeit und falls ihr neu sein solltet, auch gerne mal einen Kommentar hinterlassen mit eurer Meinung in den Kommentaren. Aber wie immer, bevor wir reingehen in die wilde Geschichte um SBC-Content, in den Zielen und so weiter und so fort, gehen wir erstmal in aller Ruhe rein in die Footies-Tages-Challenge. Und wie gestern versprochen, haben wir, ja, ihr seht es, die Bundesliga heute genommen. Wieder maximal 5 vor 1, ihr kennt den Hasen und wir holen uns damit direkt schon mal das Footies-Tages-Challenge-Pack, in dem Fall Prime-Gold-Spieler-Pack an Schradle. Die Spieler-SBC, mal wieder ein ZM, es ist Timber, ja, und er bekommt ein Premium Footies. Ja, und ihr seht richtig, ZM, ja, also ich will es nochmal erwähnen, ich habe ja damals Yayotouré verkauft, als er noch Trader war, weit über 3 Millionen wert und, ja, insofern habe ich, glaube ich, da auch alles richtig gemacht. Timber als ZM-95er-Great-Karte bringt ZM, ZM und ZOM als Position mit. Wie gesagt, Verein, ihre Devise, Niederlande, erstmal grundsätzlich egal, er kann sich ja selber seine 3 Links geben. Und dann haben wir 9 Sterne, 4 Spezialbewegungssterne und 5-Star-Schwacher-Fuß. Hohe Arbeitsraten, 1,79 Körpergröße, das sind wir wieder bei dem Aspekt, was ich gestern gesagt habe. Es kommen relativ eher kleine Spieler raus. Klar, man kann auch sagen, 1,79 ist noch groß, aber grundsätzlich, wie gesagt, ja, willst du auf so einer 6 teilweise auch dann einfach einen 1,90 Spieler haben, ja. Also insofern, das führt sich fort, um das mal so zu sagen. Was sich aber auch fortführt, ist definitiv auch die saftigen Stats. Jetzt, ihr seht es, 99, ja, da von oben bis komplett unten, alles voll beipassen auf 99. Das sieht natürlich brutal sexy aus, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. 99 Ausdau ist auch noch am Start, perfekt für die Position des ZM-ZDMs, ja, und sonst auch grundsätzlich einfach Allrounder-Stats, das ist also Wahnsinn, ja, 93 Dribbling dazu, 93 Dev, 93 Physis und auf der Offensivseite 93 Tempo und 89er Schuss mit 97 Stellungsspiel. Ich glaube, muss man sozusagen, damit kann man arbeiten. Eigenschaften, das ist ein Punkt, der mir hier tatsächlich ein bisschen fehlt, gerade weil auch die Z1-Position besetzen kann, ja, hätte da ein bisschen Flair oder irgendwas in die Richtung, aber ich glaube, das ist durch seine Körpergröße eben auch gar nicht möglich, aber einfach geile Eigenschaften, also, weiß ich nicht, Austrittsschutz zum Beispiel oder irgendwie sowas Cooles, wäre auf jeden Fall noch das 9 plus Ultra gewesen. Es ist aber ein Segment, und wie immer, guck mal rein, was wir abgeben müssen, ich bin gespannt, ich weiß es noch nicht. Oh, okay, es ist zumindest keine Special-Karte, kein Team auf der Season, das finde ich immer grundsätzlich gut. Klar, es ist nur ein Squad, es ist aber ein 87er-Grader-Squad, also, es ist schon noch High-Rated. Klar, du hast ihn relativ schnell dann auch fertig und kannst ihn eben Ready machen, aber Timber, 87er-Grader-Squad, ich würde jetzt, wo ich das gesehen habe, 50-50 sagen. Und wir sind natürlich auch wieder bei dem Punkt, du hast natürlich auf der Position definitiv deine Alternativen, also grundsätzlich sage ich, top SBC, ja, okay, ich würde vielleicht auch sagen, ist ein Musti-SBC, wir gehen mal gerade auch auf die Spieler-SBCs, sind ja gar nicht mehr so viel da, ja, Gomez nur ein Segment, Timber nur ein Segment, Rodrigo, falls ihr ihn auch noch nicht gemacht habt, Kante, also, sonst ist ja alles, zumindest bei mir hier schon, ready und fertig gemacht, aber wie sieht es bei euch aus, Freunde? Also, falls ihr nur noch Timber am Start habt als Spieler-SBC, irgendwann dann High-Rated-Duplikat zieht, ja, dann ist natürlich die Timber-SBC naheliegend, dass man die dann auch relativ schnell fertig macht, also insofern, sie ist auf jeden Fall einfach zu machen, eine Woche mit den ganzen Foot Champs-Rewards, und wir gehen gleich in die Ziele, da gibt es auch quasi Packs for free, zeige ich euch gleich, was wir da in den Zielen haben, um jetzt erstmal die Top-Duelle-Geschichte, da seht ihr wieder in Klammern, EP steht für Erfahrungspunkte, das Ganze ist eine Woche wie immer da und das Geile ist, es ist wieder zurück, das 50k-Set, seltenes Spieler-Pack-Trader, was wir jetzt mal zurückbekommen, dann bekommen wir Premium-Elektro-Spieler-Pack, dann ein Jumbo-Premium-Gold-Pack, Real Betis, Atletico Madrid, Premium-Elektro-Spieler-Pack und Premium-Gold-Spieler-Pack mit eben den folgenden vier Partien, die ihr hier seht, sehr, sehr nice, Bremen-München mit dabei, und sonst, wie ihr es kennt von den Top-Partien, 81er, 79er, 77er und 75er, gerateter Scott. Also, halten wir fest, Top-Duelle-SBC immer ein Muss, die SBC lege ich euch wärmstens ans Herz, erstmal wegen den EP und natürlich zweitens 5-Trader-Packs, die helfen euch natürlich extrem weiter und da geht die Frage natürlich direkt raus an euch, wie macht ihr das? Schreibt es mir mal in die YouTube-Kommentare, sagt ihr, ich öffne die jetzt noch oder wartet ihr bis zur Promo, die jetzt ab Freitag eben beginnt, heißt morgen 19 Uhr. Apropos neue Promo, ein Loading-Screen ist noch nicht da, was uns aber erwartet, dazu gleich schon mal ein bisschen Teaser-mäßig, was in den Zielen und ich würde sagen, da gehen wir jetzt direkt mal rein, bevor wir gleich zum Pack gehen und zwar in den Zielen haben wir die neue Footies-Woche. Donnerstag kommt ihr immer raus und Achtung, die ist 8 Tage da, also nicht eine Woche, sondern 7 Tage und 23 Stunden und da müssen wir folgendes machen, jetzt wird es ein bisschen tricky von EA, haben sie ein bisschen, ein bisschen Link, ein bisschen Link, nicht nur ein bisschen, sondern sehr Link gemacht und zwar für 300 XP müssen wir 6 Spiele spielen und wir bekommen dafür, Achtung jetzt, Fantasy, Foot, Hero, Helde, ja, Fernando Morientes, ich klappe natürlich an Trader, so weit, so gut. Dann haben wir bei der 8-Siege-Aufgabe, eigentlich müssen wir ja dann mit dieser erspielten Karte 8 Siege und Triff in 10 machen, das müssen wir auch nach wie vor machen, aber, und das ist das linke von EA, sie haben mir folgendes geschrieben und zwar gewinne 8 Spiele im beliebigen Modus mit Fantasy Foot Sanchez in deiner Startelf und der erste Gedanke, wenn man das liest, ist natürlich, oh, Moment, wir müssen nichts mit Morientes machen, sondern mit Alexis Sanchez, der Fantasy Foot-Karte, also, 2 Punkte, wieso schreibt EA hier nicht tatsächlich Morientes hin und nicht Hero, denn, für die, die es nicht wissen, wir haben der volle Name von Fernando Morientes oder dem Namen, den wir ihn ja kennen, ist Fernando Morientes Sanchez. Ist das nicht mies von EA? Ist das nicht mies? Ist das nicht mies, Freunde? Vor allen Dingen, schreibt doch zumindest Fantasy Foot Hero Sanchez, damit man definitiv diesen, ja, Alexis Sanchez ausschließen kann. Das ist so eine linke Nummer von EA und das haben die aber sowas von extra gemacht, hundertprozentig. Also, ich will gar nicht wissen, wie viele sich jetzt schon ein Sanchez geholt haben und sich dann denken, Moment, die Aufgabe geht ja gar nicht, die Aufgabe geht ja gar nicht, was ist denn da los? Ja, also, ihr müsst nach wie vor mit Fantasy Foot Hero Fernando Morientes gehen und Achtung, den gab es zu ziehen. Also, falls ihr ihn, so wie ich beispielsweise, schon gezogen habt, könnt ihr natürlich direkt reingehen und zwar in die Acht-Siege und Triff in 10-Aufgabe reingehen und die EP eben sich holen. Genau. Aber das wollte ich euch kurz quasi schon mal sagen. Hier heißt es auch Fantasy Foot Sanchez. Also, zum einen hätten sie schreiben können, Fantasy Foot Hero Sanchez oder einfach Fantasy Foot Morientes. Aber da steht einfach Fantasy Foot Sanchez und das haben sie definitiv, definitiv, definitiv extra gemacht. Das kannst du keinem anderen erzählen. Sanchez wird genauso geschrieben und er hat auch eine Fantasy Foot-Karte. Das ist schon böse. Dann, wie erwähnt eben, die Top-Spieler-SBC, die heute rausgekommen ist, die müssen wir eben einmal abschließen und dafür bekommen wir 300 EP. Und dann haben wir, das ist schon quasi ein bisschen teasermäßig, wir hatten ja letzte Woche Xavi Alonso und eben Fernando Torres. Jetzt Coverstar Del Piero SBC Leihspieler Challenge. Heißt, am 20. August in drei Tagen, da wird zu 100% ein Del Piero SBC kommen. Coverstar Del Piero SBC und da eben müssen wir reingehen in die Leihspieler Challenge, um hier die 300 XP wieder freizuschalten. Und dann bekommen wir eben den Gruppenbonus 1000 Erfahrungsboote. Ja, also das ist auf jeden Fall das, was wir schon mal so anteasern können. Und dann haben wir die Aufgabe Dalla-Trikot. Da heißt es, spiele drei Partien beliebiger Futbolus, während du das Dalla-Trikot trägst und erziele drei Tore, während du eben dieses Dalla-Trikot trägst. Und ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt hier schon im Twitch-Chat gelesen habe, wo ich hier gerade am Livestream bin, mit euch dem gemeinsam den 19-0-Quadet. Falls ihr euch mal live vorbeikommen wollt, Link ist in der Beschreibung, Freunde, dazu. Kommt gerne vorbei, gerne auch bei Instagram mal vorbeischauen, bei Twitch. Würden wir extrem freuen. Aber viele haben, wie gesagt, gefragt, Dalla-Trikot, wo zur Hölle ist das? Und ich habe diese Frage, ich glaube, seitdem Season Swaps raus ist, ungefähr irgendwas zwischen 100 und 200 Mal, glaube ich, schon gelesen diese Frage und auch beantwortet. Also im Season-Fortschritt nach Level 40, da haben wir das Level 41 Jahr des Büffelzeit-Trikot. Und diese Aufgabe hat damals, als Season 8 Futis rauskam, in den Meilenstein, weil deshalb habe ich damit schon die Frage bekommen, und zwar die Level 41 Bonus-Geschichte. Und da steht es quasi in weiß, schließe diese Aufgabe ab, während du eben das Dalla-Trikot trägst und holt dir zusätzliche Boni. Alle Bonis sind untauschbar. So, wenn ihr in Level 41 seid, euch das Trikot anzieht, dann könnt ihr hier in Level 41 Bonus gehen. Aber, und das hat er ja heute eben neu released, die Dalla-Trikot-Aufgabe ist auch da, in den Zielen, ohne Timer. Und da eben bekommt er, ja, wollen wir es mal so nennen, Free Packs. Ja, einmal hier ein seltenes Goldspieler-84-Plus-Pack und ein seltenes 84-Plus-Pack hier und dann ein Zwei-Spieler-Pack anschauen. Also ist es nicht viel, ja, ist es nicht viel. Ich weiß nicht, warum da keine Packs sind, warum da XP quasi angeteasert werden, weil wenn du im Season-Fortschritt, ja, bei Level 41 bist, dann brauchst du halt keine XP mehr. Also da haben sie auch wieder irgendwas Trigger-mäßig gemacht. Aber wie gesagt, ich glaube, damit wollen sie uns jetzt stören, beziehungsweise auch wieder teasen, weil welche, die jetzt zum Beispiel bei Level 30 sind, denken so, oh Gott, mit Dalla-Trikot, da kann ich XP freischalten. Wie komme ich an dieses Dalla-Trikot? Ich muss euch in dem Fall enttäuschen. Ähm, ja, Dalla-Trikot, wie gesagt, hier am Start. Und interessant ist hier vielleicht noch, schließe diese wiederholbare Aufgabe ab, während du das Dalla-Trikot trägst und hol dir Boni. Also die ist wiederholbar, ja. Schließe diese wiederholbare Aufgabe ab. Klingt auch sehr interessant. Dann habe ich gestern im Video, im Schnitt, habe ich noch gesehen, ich wollte es jetzt aber heute ins Video packen, die Food Champions Bonus 3-Geschichte. Das war ja der Fail gestern von EA. Hat EA nochmal geändert, falls ihr euch daran erinnern könnt. Oh. Wait, what? Die haben es jetzt nochmal geändert? Okay. Okay. Sie haben es wieder geändert. Gewinne vier Partien in Food Champions Finals. Gewinne acht Partien in Food Champions Finals. Ich wollte euch gerade sagen, dass die Foodies-Geschichte hier jetzt raus ist, bei den Finals Siegen. Ja, das ist doch nice. Jetzt haben sie es schon wieder geändert. Die haben das in drei Tagen jetzt zweimal geändert? Also, eigentlich war da ja drin, gewinne eben vier Finals mit zwei, glaube ich, oder drei Foodies-Karten, egal welche. Dann war aber gestern drin, Franzosen und ich glaube auch Engländer. Seht ihr im Video von gestern noch. Und jetzt haben wir gewinne vier Finals-Partien in Food Champions Finals oder gewinne vier Food Champions Finals-Partien und acht Feinders-Partien ohne irgendwelche Bedingungen. Also, das sind jetzt, also wenn die nicht morgen wieder komplett anders aussehen, diese Aufgaben, dann sind das hier auf jeden Fall, was wir hier alles sehen, auf jeden Fall Free Packs. Also, endlich. Endlich sind da keine Bedingungen mehr dran verknüpft. Ey, das war ja unfassbar. Alter Falter. Freunde, was ist denn da los? Also, EA. Also, EA, was macht EA? Wirklich, ich verstehe es nicht. Es ist der 17.8. Ich glaube, die sind alle im Urlaub und die Praktikanten sind da unterwegs. Erstmal hier, also das geht gar nicht, ja. Das geht halt gar nicht. Sechs Spiele, acht, also. Mit dem Namen. Unfassbar, unfassbar. Naja, Dallertrikot auf jeden Fall. Level 41. Behaltet das mal im Hinterkopf. So. Jetzt gehen wir aber rein und zwar in den Store. Und wie ihr seht, haben wir da schon einige Packs vorbereitet. Ich glaube hier das 82 Prime-Gott-Spieler-Pack war es doch, oder? Ja. Ja, das war's. Perfekt. Direkt vorne dran. Sehr gut. 82 Plus garantiert. Wen haben wir heute, EA? Wie gibst du uns? Komm. Jawohl. Es ist die nächste Special-Karte. Let's go, Freunde. Es ist ein garantiertes Special-Karten-Pack. Amazon Royale. 88er Rating. Das nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Ja. 84er. James und Mount. Abfahrt. Und ist der trailable? Untrailed? Okay. Wir müssen ihn gleich in der SBC mal benutzen. Das heißt, da kümmern wir uns gleich drum. Oh. Guck mal. Hab ich schon eben geswiped. Pizzini. Und die beiden Non-Ray-Gold-Karten. Schön alles tradable. Okay. Das heißt, Royale kann ich nachher in der SBC benutzen. Besser geht's nicht. Also denkt an die Daily-Dog-In-Challenge. Und ihr seht ja, jetzt hier vielleicht nochmal für mich unter die Facecam, die Footies Team 4 Geschichte ist natürlich eine Woche noch da. Äh, ein Tag noch da. Genauso wie auch mit dem Footies Best-of. Also das würde sich wahrscheinlich morgen definitiv refreshen. So, als nächstes springen wir aber jetzt mal zu Footbin und schauen uns mal Timber und Co. auf jeden Fall an. Und hier seht ihr es direkt, was ich eben meinte. Timber, Morientes, Sanchez. Die drei beliebsten Spieler bei Footbin. Und das halt nicht eben ohne Grund, ja. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. 65.000 Münze ist er jetzt wert. 150 Max-Preis. 4 Sterne, 4 Sterne. Diese Karte ist, wie gesagt, nicht interessant. Morientes, und der ist auch extinct. Er denkt, ist bei 55k Max-Preis nur. Habt ihr vielleicht gezogen? Ich habe ihn als Lone noch am Start. Ich habe ihn sogar auch, wie gesagt, jetzt die Tage gezogen. Ich glaube, 85 mal 10er. Ich weiß gar nicht, ob es auch in einem Video war. Vielleicht könnt ihr euch doch dran erinnern. Sonst war es eventuell Aufkommen. Ich bin mir gerade nicht mehr genau sicher. Aber der ist auf jeden Fall wichtig für die Aufgaben. Dann als nächstes haben wir Timber am Start. 70.000 Münzen. Was meint ihr? Top, flop die SPC, also mag die Matchups. Ich weiß, bei Footbin kommt sie nie gut an. Aber wirklich, die ist ein Muss. 5 Trader Packs einfach mitnehmen. Allein wegen der DDP, allein wegen der 50k Set als Gruppenreward. Mega. Dann haben wir Timber, der hier tatsächlich auch so 50-50 ist. 70.000 Münzen. Wie gesagt, die Sache mit den Alternativen ist der einzige Grund, was man sagen könnte. Okay, muss ich da jetzt reingehen? Gehe ich da rein? Ja, nein, vielleicht. Aber wie gesagt, die Stats, die sind natürlich sexy genug. 9 Sterne. 99 passen. Was willst du da mehr? Shadow können wir uns mal anschauen. Anchor. Auch schon gut. Und der Shadow dann mit 99 Pace. Natürlich attraktiver. Gehe ich auf jeden Fall mit. Und der Rest ist dann halt schön high rated. Ja. Was willst du dagegen sagen? Gegen so eine SPC. Da kannst du nichts gegen sagen. Wir können mal gerade gucken, das Ganze resetten. 3 Pace, 90 Schuss, 15 passen. 5 Dribbling drauf, 12 Dev und 3 Physis. Also wie gesagt, der einzige Punkt ist, wenn wir mal auf die... Wir können ja beispielsweise auch die Premium Footies mal gehen. Und uns darauf quasi konzentrieren. Und dann auf die jeweilige Position. Packen wir noch ZDM und auch die ZOMs mit rein. Select Search. Und dann seht ihr hier, es sind natürlich einige da. Sowohl Free-Spieler, Danger beispielsweise, den wir am Start haben mit 8 Sternen. Padraker, Antan, Antmann haben wir am Start gehabt. Es gab eine relativ günstige SPC, 30.000 Münzen. ZM, ZDM, auch eine Premium Karte. So, und es ist halt wieder erneuter ZM. Wir haben schon so oft drüber gesprochen. Es ist Le Mar draußen. Es ist diese Position maximal überbesetzt. Auch jetzt speziell nur mal auf die Footies-Promo bezogen. Das sind jetzt nur die Premium-Dinger. Wenn wir uns jetzt die Footies anschauen, dann geht es hier weiter mit der Position. Rodri, Frau Free-Spieler, den Objectives gekriegt. Und wenn wir uns dann noch die Heroes anschauen, dann haben wir, wie gesagt, den erwähnten Jaya Ture, den ich doch über 3 Millionen zum Glück verkauft habe. Al-Ovairan. Kohl, die viele gemacht haben. Kewl, die SPC. Cahill ist am Start. Und auch ein paar Jisung, der auch nicht teuer ist. Aber ihr seht, auf der Position, die Alternativen sind unfassbar viele. Und deshalb, wie gesagt, der Grund vielleicht, weil er ein bisschen, ja, sag ich mal, der ein oder andere sagt dann einfach, komm, weg mit der SPC. Oder ich würde einfach sagen, das wir euch auch gestern gesagt haben, vorgestern, wenn ihr High-Rated-Duplikat habt und sowieso keine andere SPC mehr habt, weil ihr alle Kammerstar-Icon-SPCs gemacht habt und so weiter und so fort, geht einfach rein in die SPC, nehmt den mit und fertig aus, Mickey Mouse. Und dann als letztes Thema haben wir noch das, was wir von vor, glaube ich, zwei Tagen bequatscht haben, was jetzt auch offiziell bestätigt ist. Der Epero wird safe kommen. Und zum anderen haben wir eben ein Zidane confirmed. Der ist aber jetzt nicht, und das ist interessant wiederum, nicht in Bezug auf EP in dieser Wochenaufgabe zu bekommen. Also nicht wie letzte Woche, Xavi Alonso und eben Shevchenko, die wir ja letzte Woche quasi hatten, hätte man jetzt auch denken können, okay, auf der einen Seite haben wir sie dann als eine Aufgabe oder als zweite Aufgabe der Piero als Lohn eben abschließen. Nein, das ist nicht der Fall. Also ich bin gespannt, wie sie und was sie mit sie dann machen, wie sie ihn rausbringen, doch noch als SPC, aber dann ohne EP-Aufgabe. Oder, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass er in den Objectives ist. Sage ich euch ehrlich, wie es ist, wie Paul Scholes. Also, weil das würde, das würde tatsächlich dann alles sprengen, wenn morgen ein Zidane 99er, stelle ich das mal vor, in den Zielen ist. Und vor allen Dingen, was soll man da dafür machen? Also der kommt doch 100% als SPC, oder? Was ist eure Meinung? Schreibt ja gerne mal eure Meinung dazu rein, Zidane und Del Piero. Del Piero ist ja jetzt 100% confirmed, dass der als SPC kommt. Und was denkt ihr, wird mit Zidane passieren? Wenn ja, wie kommt der raus? Und was meiner Meinung nach, wie sieht die SPC dann aus, wenn er denn als SPC eurer Meinung nach kommt? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, ob eure Meinung diesbezüglich. Ja, und das ist auf jeden Fall heute der Donnerstag. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Das XXL-Video. Ihr habt es eben gesehen. Einige Packs sind schon angespart. Ich werde wieder Player Picks ready machen. Also, falls ihr das nicht verpassen wollt, dann gerne dranbleiben, Glocke aktivieren. Und jetzt hier gerne weiter Spaß mit dem Video von hier unten, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und in dem Fall, ja, euch einen entspannenden Abend. Haut rein, bis morgen. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.